So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft und ja, ihr seht es ist etwas anders an Minecraft, warum leuchtet das so grell? Okay, es ist jetzt draußen Nacht, das heißt wir werden jetzt schlafen und ja, das letzte Mal war der Pro Touch da, da habe ich leider den letzten Teil irgendwie gelöscht unabsichtlich, wir haben aber eh nichts Großes gemacht, deswegen ist das jetzt nicht so wichtig, so und zwar die große Neuerung jetzt, ta-da, ich habe den Shader-Mod jetzt endlich installiert, hä, was macht das Skelett da? Weg, 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 au, 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 weg, okay, hat nur zwei Schläge gebraucht, das ist angenehm, so ja, der Shader-Mod sieht auf jeden Fall geil aus, auf jeden Fall auch das Wasser hier, wir haben ja den Brunnen jetzt fertig gemacht, das, so, ah, sterb doch man, sterb, so, der eine ist jetzt tot, ich hoffe, dass wir den anderen noch kriegen ohne zu sterben, das wäre nämlich nicht so toll, jetzt hier gleich am Anfang des Parts zu sterben, so, also wir haben hier den Brunnen das letzte Mal schön in der Mitte des Dorfes aufgerichtet, der sieht mit dem Shader-Mod noch besser aus und, ja, das Meer, ich liebe es so, also hier jetzt bei unserem Hafen, der wirkt jetzt so richtig, richtig schön, hier, boah, das ist so geil, ich liebe diese Grafikeffekte, ja, das Hafenhäuschen müssten wir dann auch noch irgendwie fertig machen, die obere Etage ist noch nicht mit der unteren verbunden, aber zuerst würde ich sagen, machen wir hier den kleinen Teich zu, und zwar habe ich hier vor, äh, Marktstände zu machen, also, dass hier der Dorfmarkt entsteht neben dem Brunnen und, ja, das hätte ich eben gerne so und deswegen wird jetzt auch so gemacht und, ja, mein Rechner rüdelt jetzt nebenbei ziemlich stark, das liegt eben daran, dass es eine Leistung ist, mit 60 FPS, Minecraft mit dem Shader-Mod aufzunehmen, aber ich denke, der packt das locker, ähm, werdet ihr dann in der Aufnahme mitkriegen, ob das schön wird oder nicht, und, ja, so, Erde, 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 ich habe nun noch einen Stack, ja, wir haben ja das letzte Mal hier den Berg abgegraben und deswegen habe ich noch ein paar Stacks übrig, so, der Santa muss auch noch weg, so, zu da, so, sieht für mich sogar etwas zu realistisch aus, ähm, hier, das Wasser, weil der Rest eigentlich nicht realistisch ist, sondern nur das Wasser und es war auf jeden Fall eine riesen, riesen, riesen Arbeit, ähm, den Shader zu installieren, weil ich das auf drei, also, zuerst mal auf zwei Methoden versucht habe, beim einen Mal war das Ganze so, ähm, äh, unertragbar grell und beim anderen Mal, ähm, war das Inventar durchsichtig, dann habe ich da lange herumprobiert, habe dann wen gefragt, der hat mir dann einen Link geschickt, ähm, und, ja, durch diesen Link konnte ich das Ganze dann noch installieren, aber es war auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig harte Arbeit, ja, hart, ja, jetzt nicht körperlich harte Arbeit, aber es war auf jeden Fall ein Stückchen Arbeit, das Ganze hier zu fixen, es sind auf jeden Fall mehrere Ordner. Wenn ihr das wollt, wenn ihr wirklich wollt, dass, ähm, wie das geht, ähm, und wie man das Ganze macht, dann kann ich dazu auch ein Tutorial machen oder ich kann euch die 1.4.2 Jar dazu schicken, also die 1.4.2 Jar habe ich noch von dem Shader, die benutze ich auch gerade, auch wenn die 1.4.4er schon draußen ist, ich wechsle die einfach hin und her und, äh, ja, also zum Let's Play in den Singleplayer nehme ich dann die und, äh, für den Multiplayer nehme ich dann die neue 1.4.4 Jar. So, und ich bräuchte jetzt eine Axt. So, ähm, so, hier, und hier haben wir Cobblestone, warum mache ich jetzt eine Spitzhacke? So, was mir auffällt, irgendwie die Animation vom Laufen, also die Hand bewegt sich nicht mehr, anscheinend habe ich da irgendwas unabsichtlich in den Grafikeinstellungen umgestellt, das werde ich dann auf jeden Fall noch sehen, wie man das wieder rückgängig macht und ja, ich finde den Schatten auch so richtig geil. Okay, die Sonne steht jetzt in der Mitte, aber wenn die Sonne am Anfang oder am Ende steht, dann kann man so richtig schön seinen Schatten sehen, wie er abbaut und anbaut und das ist richtig geil gemacht. So, ähm, ja, was auch schön ist, das sieht man da jetzt nicht, das geht nur mit dem Standard-Texture-Pack, dass hier die Gräser wackeln, aber die Bäume wackeln auch nicht mit dem Text-Pack, das ist etwas schade, aber ich kann euch das mal zeigen mit dem Standard-Texture-Pack kurz. So, wartet, ich stelle das kurz um da, Video-Settings-Texture-Pack, da nehme ich jetzt das Default, so, so, so. So, dann seht ihr hier schon alles schön vom Wind, das ist auch richtig geil gemacht. Ihr könnt mir auch schreiben, ob ich jetzt das John Smith drinnen lassen soll oder im Shader mit dem Standard-Texture-Pack spiele. Ähm, das würde mich auch interessieren, was ihr findet, das besser aussieht. Ich lasse das jetzt mal beim John Smith, weil ich das eigentlich, ja, das ist schon irgendwie Tradition, dass ich das jetzt verwende. Ich habe zwar die letzten paar Parts, das, äh, Spax Pure BD Craft verwendet, aber das eigentlich nur, weil ich das, ähm, John Smith noch nicht für diese Minecraft-Version hatte. So, schön hier Sonne durch, das ist auch richtig geil gemacht. So, ja, das ist ein Bug, dass wenn ich das anfange abzubauen, dass das irgendwie durchgeht, so, weg. Und hier kann man dann jetzt schon anfangen mit den Marktständen, wenn ich hier noch das zugebaut habe. So, hier. So, gut. Dann könnte man hier schon anfangen mit den Marktständen, das mache ich dann auch, aber zuerst mal hier, weil der Brunnen ist da. Ja, dann schön symmetrisch zum Brunnen. Hier einen Weg hoch, der drei breit ist. Boah, der Rechner, manchmal denke ich, der explodiert gleich, weil der so laut ist, aber ich denke, ich sollte mir eher Sorgen machen, wenn er nicht so laut wäre, weil dann wäre irgendwas nicht in Ordnung damit. Habe ich jetzt normale Baumstämme? Ich müsste doch normale Baumstämme haben, oder nicht? Oder habe ich nur Birken gefällt? Ja, dann muss ich noch irgendwo normale Baumstämme herkriegen. So. Ich denke, ich mache den Baum da weg, damit man einen schönen Blick zum Hafen hat. Vielleicht mache ich dann auch noch vom Hafen eine Verbindung da her. Also so quasi hier eine Treppe hoch. Ja, das wird dann auf jeden Fall noch alles entstehen. Das werden wir alles noch sehen. Wie viel Holz, äh, Baumstämme habe ich jetzt? 17, okay. Da kann man jetzt ein paar Treppen machen. Das werde ich jetzt auch machen. So. So und so. Hoch. Das sind acht, das müsste reichen. Und wie habe ich den Weg da unten hochgebaut? Ähm, mit Cobblestone. Okay, dann mache ich das da auch so. So, hier. Äh, wo, 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 wo? Da. Und hier dann einfach noch dran klatschen. Dann hier Cobblestone in die Hand. Und hochbauen. So. Fertig. Dann müsste ich jetzt noch irgendwie da den Platz ausbetonieren. Also hier, dass quasi Wege entstehen. Aber dafür muss ich Holz hacken. Das heißt, ich muss hier in die Wälder stapfen. Und ja, es ist ja jetzt schon November, Weihnachten naht. Und da stelle ich, ähm, ja, da muss ich mir auf jeden Fall noch was überlegen. Vielleicht suche ich hier einen Winterbiom und mache da irgendwie ein Schneehäuschen, Iglu, was weiß ich. Irgendwas, was halt gut zu Weihnachten passt, damit ich da auch was erledigt habe. Ich habe mir auch schon was für ein Weihnachtspecial überlegt, das dann genau 24 Tage dauern wird. Und man kann irgendwie jeden Tag eine Kleinigkeit gewinnen. Ich weiß jetzt noch nicht genau was. Aber ich stelle mir das so vor, dass es da irgendwie, ja, dass es euch eben Freude macht. Und dass ich euch Abonnenten danken kann dafür, ähm, dass ihr treu meine Videos seht, mich abonniert habt. Und, ja, ich mag eben mal was zurückgeben, weil die ganze Zeit nur bekommen ist auch nicht so. Okay, ich habe jetzt 22, das ist... So, ähm, das heißt, mache ich den Weg aus Holz. Ja, ich müsste den Weg aus Holz machen. Habe ich noch? Nein, ich habe keine Schaufel mehr. Also, dann jetzt aber ab hierher Schaufeln machen. Und, so. Ich komme. Ja, genau, ich habe jetzt den Schaufeln gemacht. Boah, ich bin so dumm im Hirn. Ähm, so. Oh, es wird schon Nacht, zumindest. Der Schatten ist schon über unserem Häusli. Also über dem Rathaus. Ähm, wie mache ich das mit dem Weg? Das sollte... Habe ich jetzt überhaupt nicht schon? Ja, aber Gott sei Dank. Boah, ich bin so... Ah. Also, hier kommt der Weg mal bis zum Eingang von dem Dingens da. Von dem Rathaus. Dann hier vom Rathaus. Das habe ich, glaube ich, genauso gemacht, dass... dass das Ganze hier zum Brunnen führt. So, hier. Irgendwie scheint mir das etwas verwaschend zu sein. Also, durch den Shader-Mod kann auch dann liegen, dass hier irgendwie was falsch programmiert wurde. Keine Ahnung. Aber die Sonne geht jetzt schon schön unter. Äh, wir sind jetzt schon im Hauptschatten. So, also hier kommt auf jeden Fall der Weg entlang. Bis hierher. Und dann noch hier. Boah, es ist schon ziemlich finster jetzt. Obwohl es noch Tag ist. Ja, das ist halt nicht so toll, dass ich jetzt hier hinter einem Berg stehe. Aber was soll man machen? So, hier den Weg jetzt noch. Der war bis hierher. So. Okay, jetzt wird es dann doch schön langsam. Ganz Nacht. Dann färziehe ich mich jetzt besser ins Bett. Rennen, rennen. So. Und rein da. Guten Morgen. So. Ich wollte noch was Happa Happa machen. Und dann geht es gleich wieder raus an die Arbeit. Ich habe mir nichts zu verschenken. Weder Zeit noch Materialien. So. Hier so stacken. Und weiter geht's. So. Dann muss ich dann noch etwas Holz hacken. Damit ich das noch verbinden kann mit den Marktständen, die da oben entstehen. Und Cobblestone. Cobblestone habe ich jetzt doch etwas. Aber ja, mal sehen. Hier so, hier so. Und so. Okay. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann habe ich jetzt hier noch für die Cobblestones weg. So. Das Ganze soll ja so entstehen, dass der Cobblestone genau hier dann endet. Machen wir hier. Und hier dann eben auch an den Ecken. Da habe ich mir das jetzt ganz noch nicht so ganz überlegt. Aber ich denke, das mache ich dann so. So. Mit der Schaufel komme ich hoffentlich noch bis zum Ende. Nein. Nicht ganz. So. Okay. Hier mit Cobblestone also zumachen. Da habe ich ja noch genügend. Das ist schön. Dann hier noch. Und jetzt gehe ich wieder Holz hacken. Oh, der Brunnen ist so geil. So richtig schön durchsichtig durch den Shader-Mod. So. Dann gehe ich jetzt hier weiter nach hinten in den Wald. und dünne den mal etwas aus. So. Ja, die Sonnenstrahlen. Oh ja, der Sumpf. Oh ja, der Sumpf. Das sieht so richtig schön geil aus. Ich habe die Welt eben vorher noch nicht angesehen mit dem Shader-Mod. Das ist jetzt irgendwie, ja, das erste Mal für mich. So mal auf das Hixenhaus einen Blick werfen. So, wo sind die Spinnen-Augen? Ich will einen Blick werfen. Okay, geht nicht. Ja, das sieht richtig schön aus, meiner Meinung nach. Und ja, Minecraft hat jetzt eine neue Sichtweite eingeführt. Die kann ich mal demonstrieren. Ähm, da war das. Render Distance, Far und da ist dann irgendwie, wie ist das, Extreme oder Ultimate? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall richtig, richtig riesenweit. Aber, ähm, das wird bei mir so langsam aufgebaut, dass es eigentlich fast nichts bringt. Also zumindest im Shader-Mod wird es bei mir so langsam aufgebaut, dass das so gut wie gar nichts bringt. So. Wie viel habe ich jetzt? 17 dann wieder in Holz umwandeln und dann sehe ich das mir da an, wie ich den Brunnen hier umrande. Ich hatte ja vor, ich glaube, ich mache das da eins weniger. Ähm, eine Schauvel. Schauvel. So. Ähm, ja, zwei Sticks habe ich noch. Und hier so. Was gebe ich weg? So. Ähm, ja, dann grab ich das hier jetzt auch noch weg. Immer so zwei, dass man halt vorbeigehen kann. So. Genauso. Und das rund um den Brunnen herum. So, hier. Und ich denke, dass die Stadt dann, also das ist ja noch ein Dorf, dass das Dorf dann ziemlich schnell um den Dorfmittelpunkt herum aufgebaut werden kann. Hier muss ich mir noch überlegen, vielleicht mache ich hier auch eine Häuserkette hinein, damit das Ganze zugedeckt wird, damit das nicht so offen wie eine kahle Wand da schroff reinsteht. So. Hier habe ich auch einen Stone zu viel gemacht. Ah ja, dann muss ich da noch eine Runde drumherum machen. Wegen dem, äh, Cobblestone. So, hier. Und so, 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 so. Und dann wären wir auch schon fertig mit der Schicht. Jetzt noch hier so Cobblestone rundherum. So, so, so. Ja, dann passt das Ganze. Und ich bin so schlau und wir sind jetzt, glaube ich, schon im 14. Part. Und ich habe mir noch immer keine Themen zum Reden überlegt. Yeah, fuck yeah, ich bin so gut. Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, das tut mir natürlich immer noch leid, dass ich jetzt keine Themen habe, über die ich reden könnte. Ihr könnt mir ja auch mal was zusenden, falls ihr wollt, dass ich über irgendwas rede. Ja, aber bitte nichts mit Politik oder, ähm, Inflation oder Griechenlandkrise oder das, 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 äh, interessiert mich eher weniger. Ja, es ist natürlich, äh, also es ist natürlich sehr wichtig, auch für die EU, aber es interessiert mich halt eben nicht. Und deswegen, äh, werde ich darüber auch nichts recherchieren oder irgendwie was darüber labern. So, habe ich jetzt noch Holz? Nein. Ich wollte hier noch den Weg so fertig machen, aber, ja, was nicht muss, das muss nicht. So, hier jetzt auf jeden Fall noch die Umrandung fertig. Oh, es fängt schon langsam an zu lecken, kommt mir vor. Oder bilde ich mir das nur ein? Es könnte auch sein, dass ich mir das nur einbilde. So. Das ist jetzt auf jeden Fall fertig. Oder fast fertig. Und ich finde, es sieht richtig schön aus. Also, ich kann da jetzt gar nichts gegen sagen. Also, ich finde, es wird immer schöner, unser kleines Dörfchen, das mittlerweile aus einem Bootshäuschen, aus einem Rathäuschen und aus einer Minifarm und einem Hexenhäuschen besteht. Welche Häuser... Die Häuser sind zwar noch etwas verteilt, aber ich denke, da wird auch noch was in der näheren Umgebung dazukommen. Und, ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich von diesem Part von Minecraft. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.